Das ist links oder rechts? Scheiß egal, ich bin eins Mann, das will ich nicht unterfliegen Ich lade nach Was seh ich? Denk, du schützt mich von innen Nimm mich das Dreh einfach Ich lade nach vorne Dann weiter runterfallen Los, 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 los Scheiß drauf Am besten du gehst Nein, ich heil mich Wir bleiben hier stehen Nicht zu drühen Ich mein, wir bleiben hier stehen und die schon zu besiegen Warte, was ich schon sagen Das ist nur kurz und nimmst mit Mark, wir sind doch schon hier runter Oder? Hilft das was? Ja, nehm. Ah, da. Okay, irgendwo ist der Tank. Nee, ich hör noch nicht. Vorsichtig, dann ist, äh, Dings da. Okay, warte. Oh, Leute. Ja, weil Monster kommen. Wartet kurz. Bleibt stehen. Nicht runterrennen. Bleibt stehen. Okay, genauso. Tank. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich will den Boomer kurz bewerfen, deswegen muss ich wissen, wo er ist. Da hinten, da hinten. Oh, warte. Schau, schau, schau. Aua. Boomer, Boomer, Boomer. Boomer, Boomer, Boomer. Okay, wo ist der, wo ist der Schiss Tank? Da unten. Warte, ich hab sonst auch kotze. Warte, ich hab, ich hab getroffen. Hast du denn? Ja, ich hab getroffen. Jetzt warten wir mal, bis die da, die rennen jetzt auf den Zug. Okay, solange mal können wir schießen. Seht ihr, seht ihr, wie sie angreifen? Ja, 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 ja. Und so, da können wir auch schön draufhalten. Ich lade nach. Sehr, wie geil das Zeug sein kann, wenn man's richtig einsetzt. Huah. Hu, selbst der Hunter ist auf dem Raum. Ja, das ist es ja. Hunter, 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 Hunter. Ja, ja, ich hab, komm gesehen. Boomer, Boomer, Boomer. Tank is down? Nein, Tank dead noch. Nee, Tank is down, oder? Tank is down. Wie viel fester haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Hoch, zurück nach oben. Was machst du denn da unten? Oh, Moni. Das ist so. Scheiße, Heilung. Das müsste für mich noch grad so reichen. Ich hab auch nicht mehr was zu tun. Hey, lauf, 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 lauf. Ich muss mich auch verarzten, fuck. Ja, ja, lauf, du fährst du dich jetzt denn? Ich kann die ganze Treppe clean halten. Weil ich nicht mehr schnell laufen kann. Ja, dann ist doch egal. Fuck, ich, sind gar kein Fässer. Ich stange. Okay, runter. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Nein, ich werde angezogen, fuck. Aha. Verdammt, die kam hier durch die Tür durch. Ähm, verdammt, die kommen zu den anderen Fässern. Ja, der hat zum fuck unter in der Wende, das glaube ich nicht, oder? Ja, wir müssen da runter springen, genau, richtig. Fuck, ich kann mir nicht mehr. Das Problem ist, ich hab nicht mehr viel Moni. Ich glaub, hier ist irgendwas rumgerannt. Nee, doch nicht. Marcel, schmeiß einfach runter. Oh, Char-Char. Sehr schön. Runde mit den Dinger. Shit. Ich bin out of ammo. Fuck. Hä, hä, hä. Hau weg, haut weg. Am Baum. Fässer, fässer. Los, schmeiß die Dinger runter. Ich hoffe, das andere. Ach, fuck. Fuck dich. Ich bin runtergefallen. Warte mal, es müssen noch fast alle sein. Lass euch Zeit, lass euch Zeit, lass euch Zeit. Lass euch Zeit. Ich hab hier ein Defi, kein Thema. Ich kann hier aber unten mal gucken, was ich abwärmen kann. Marcel, halt mir mal kurz die Leute vom Hals. Ah, ziemlich schnell. Ich kann hier unten verteidigen. Wie gesagt, macht sich für mich im Moment keine Gedanken mehr. So, weiter geht's. Und jetzt... Leute, wir liegen noch zwei. Warte mal, ich kann mal durchzählen. Eins, zwei... Ah, gut, alles sehe ich nicht. Was sollt ihr das denn bitte? Wärt ihr jetzt dieser scheiß Granate geworfen? Okay, hab Glück gehabt. Tank, tank, tank. Wir haben alles. Ich hab Glück gehabt, dass das scheiß Ding gerade nichts berührt hat. Wir sind ein Hunter. Warte. Ah, Leute, wer ist denn... Toll, fehlten Mark ist down, Mark ist down. Den können wir jetzt nicht mehr retten. Warum könnt ihr denn nicht warten? Das ist ja immer das Problem. Danke. Okay, Mark, Mark können wir nicht mehr retten. Felix, schieß! Entschuldigung, ja, hab ich nicht gesehen. Och, Felix, du bist so ein Held, ey. Was soll denn das? Nee, keiner, du. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Marcel, seh dich um. Tank, 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 tank. Ich hab ne Bumer kotze. Okay, Tank ist angeschlagen. Rein mit den scheiß Fässern. Fässer, sag! Fässer, sag! Fuck, da kann ich dir nicht mehr helfen. Fuck. Ich höre nicht. Wer? Scheiße, das schadet mir den... Alter, fickt euch doch, Schatz, Peter. Oh, da ist ein Dinger. Ja. Alter, das ist doch nicht machbar. Das ist doch nicht machbar. Ja, Mann, wir hatten ja alles schon. Perfekt. Ja, weil der wieder auf das Ding erballern musste. Ach, Mann. Kann man das echt nicht ewig bringen, Leute, ne? Ja, das ist jetzt die letzte Runde. Deswegen hab's grad noch rechtgestellt. Vielleicht ist das ja endlich meine Schwierigkeiten, die der Felix klarkommt. Warum ich? Na, weil du wieder alles anzutreten musst. Und ich war nicht der Erste, der gestorben hat. Hat damit nichts zu tun. Ja, doch. Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Mit Sternen hat das nichts zu tun. Das hat mit Taktik was zu tun. Das ist nicht nur einfach sinnlos geballert. Das hab ich schon mal gesagt. Oh. Pillen? Ich nehme die Pillen hier. Und wie gesagt, das ist die einzige Mission, in der ich mich noch rauskönne. Jetzt nicht wissen, wie die die anderen abgehen. Lagen da noch Medi-Packs im... Na, egal. Ne, ich hab nichts, ja noch. Step. Ach, jetzt. Okay. Gleiches Spiel wie eben. Ich hol das Fass. Was ist denn hier mit der Adrenalinspritze? Scheiße, worauf. Nimm sie einfach. Wo hast du denn Adrenalinspritze? Achso. Nicht aktivieren. Die ist nur kurzweilig. Die macht dich aber kurzweilig ewig aktiv. Da bist du ewig gut. Da bist du ewig schnell und alles. Also zum Schluss dann. Zum Schluss, genau. Wenn du kurz vorm draufgehen bist, aussehe dir so ein Ding rein. Darf. Okay. Zwei Special-Infected Tornen. Sofort hoch. Scheiß auf die Zombies. Hoch. Die kommen eh hinterher. Los, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich hab... Oh, was denn... Der denkt, ich hab ne Stoppgun. Eben. Eben. Warum brennt... Achso. Der kommt von unten, ne, nichts, wenn den Molotow führst, daher. Ja, trotzdem, ich hab die... Ah, ich hab Hunter getötet. Ja. Ich weiß, wie viel ich hab... Wie viel an die ich schon in dieser Mission gekillt hab. Okay, hinder. Felix, ihr anderen zwei bleibt hier vorne im Geländer. Ja. Ja. Was soll, wir sollen hierbleiben. Ich nehm... Ja. Okay, Molly. Feuer! Okay, zurück. Zurück, wo wir hergekommen sind. Jetzt dürfte maximal nur ein Tank kommen. Wenn überhaupt. Warte, ich hab Molotow. Kommt her, kommt... Ah. Ja, das war auch normal. Das stimmt, du hast ja noch einmal leichter gemacht. Ich hab's leichter gemacht, ja. Starter! Ach, du bist so ein Held. Die Zombies! Na, die Zombies, da war kein Zombies, die Trottel. Oh, was ist denn? Nee, da war null Zombies, der auf dich zu kurzum kommt, ist ja, weil ich ein Platzmacht hab. Oh, Marc, was war das denn? Ja. Hunter. Okay, runter, 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 runter. Weiter, 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 los. Hier runter. Ja, wo sonst? Tank. Scheiße, jetzt keine Boomerkotze. Ich hab welche. Der Erster. Geh, da rüber, 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 rüber. Felix, nur nützt die zwei Fässer. Ja, nur zwei können wir schon mal anfangen. Vorsicht, da kommen wir zum ersten raus. Da, wo Marc ist, ist der Tank. Ich hab ihn erwischt. Okay, jetzt, sehr gut, die anderen kommen jetzt. Lass die Zombies durch. Ach, die Zombies selbst hier. Tod. Lass die Zombies durch. Ich hab grad, ich bin kratzt, der war ein... Ah, viel weg von hier. Verdammt, ich hab meinen schon runtergeworfen, mein Kanister. Ist gut, ist doch okay. Ich hab auch noch einen Molly. Okay, ist down, ist down, ist down. Alter, wie viel, der schluckt, ey. Wie einfach das jetzt ist. Wenn die halt jetzt nichts mehr aus. Na. Wie kommen wir jetzt? Wie viel besser haben wir denn? Ich könnte auch sagen, normalerweise spielen wir auf normal, aber... Da drüben liegt noch eins, da. Ne, eins, zwei, drei. Komm, das holen wir uns. Ich weiß nicht, wo... Da drüben, genau gegenüber von uns. Ah ja, nee, da kann man nicht durchlaufen, oder? Doch, hier, komm her. Ich glaub nicht, dass man da durchlaufen kann. Doch, komm her. Ach ja, nee, kann man nicht. Hier ist noch ein Molotov, sammelt das Molotov. Ich hab doch einen, Mann. Echt mal, oder? Ja, genau, so befüllt ihr schon mal. Hunter, 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 Hunter. Jockey. Felix, der wird bei uns sein. Wattung, hinter dir. Pillen. Hier sind noch zwei. Pillen, du rein, ich pass auf. Lauf, beeil dich, bevor die Tür aufbricht. Ich hab'n Jockey auf mir. Warte, warte, Marcel, 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 kümmere dich drum. Los rum, da, Sepp. Ja, dürfen alle haben. Rein theoretisch. Wow, 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 smoke her, smoke her, smoke her. Lauf einfach. Hm, ich springe jetzt auch runter. Scheiße, ich hab da... Nein! Wieso bin ich denn jetzt hier? Felix, 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 beeil dich doch mal. Ich schütt' dir gleich hier nach. Ja, das wird, glaub' ich nicht. Doch. Warte, wie ist jetzt da hochgekommen? Ich wollt' nach unten springen, verdammt. Das Problem ist, wie kommen wir jetzt da runter? Ach, hier. Sind hier noch irgendwo Fässer? Nein, sind sie nicht. Da müssen ja jetzt alle da sein. Zehn, ich hab' das Elfte. Halt's weg, halt's weg, halt's weg, halt's weg. Das letzte System. Vorsicht, Spitter, Spitter, Spitter. Spitter, Spitter. Auf zu, Felix. Nein, Leute. Fuck, Boomer. Aua, 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 aua. Steigt man da ein? Ja, kann grad nicht. Wie kommen wir da rein? Achso. Guck. Ah. Oh, guck mal, ist halt oben. Ja, nee, ist klar. Bis der Arzt kommt. Ey, da ist schon fast James Bond reif hier. Äh, trotzdem doof, dass wir so vielleicht gespielt haben. Ja, hatten halt jetzt nicht mehr viel Zeit, ne? Ja, aber richtig mies. Ja, das außerdem. So, guck mal, was die Statistiken sagen. Red, Bro, da ist Nick. Eigentlich zwei Stunden haben wir gebraucht, ja, kommt hin. Todesfälle, ich zehn, ne? Nicht gut. Außer vielleicht 21 Mal, alter, Marcel nur sieben. Okay, der war der Zeit lang nicht da. Ja, weil du kaum da warst. Schmerzenmittel fünf. Oh, ja. Du brauchst ein analytisches, einer. Defibrillatorn, zwei. Du brauchst du Robben, sechs. Oh, die war voll okay, ey. Monotov, eins. Du brauchst du Bilder mit Galler, zwei. Kommt hin. Na, Kampfhills, 118. Ja, ja. Zitabel getötet an der 14. Sag ich doch, hier. Ich hab die ganzen Special-Infected-Getötet. Jetzt seht ihr das aber mal. Ja, gut, außer Jockeys. Außer Jockeys, da war er mag besser. Gewöhnliche infizierte Tauchsen, der S600, alter, gut ist es, Mann. Ja, dafür hab ich halt viel Schaden. Ich hab übrigens Verbünde getroffen, ich hab die Wirtschaft jetzt gestört, war Felix, ja. Typisch, wer sonst? Ha! Mir kommen die Hexen. Vier geheilt, oh, 7,34% nur. 9%, find ich aber jetzt nicht so gut. 2.733, so wie es wurden verletzt, juhu. Typisch. 10% am meisten Kopfschüsse und das mit der Shotgun. Eben, wollte grad sagen, wie hast du's gemacht, alter. Kletterse drückt, danke. So, damit danke ich für's Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in Left 4. Bis dahin, tschüss. Tschüss.